Ich habe ein Minecraft-Plugin programmiert, das jedes Mal, wenn ich einen Block erbaue, ein zufälliges Item aus meinem Inventar verzaubert. Jede Verzauberung auf egal welchem Item ist möglich. Können wir das Spiel mit absolut wahnsinnigen Enchantments schaffen? Finden wir es heraus. Mein Ziel ist es, absolutes OP-Equipment am Ende zu haben. Und das größte Problem dabei ist, unsere Blöcke stacken sich nicht. Das wird ein riesiges Problem. Das ergibt Sinn. Looting 3, ja, behalten wir. Wir können das doch theoretisch einfach ausnutzen jetzt. Wenn ich jetzt nur ein Item im Inventar habe, dann kriegt doch... Ja, es funktioniert. Ich möchte eine OP-Spitzwacke haben. Ja, okay, okay, es ist schneller geworden. Oh mein Gott, mein Inventar füllt sich so schnell. Ach du Scheiße. Das ergibt Sinn. Oh mein Gott. Ah, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Fire Aspect Level 0. Was? Ich möchte jetzt wissen, was Fire Aspect Level 0 für einen Unterschied macht. Nichts ergibt Sinn. Ah, Eisen. Endlich explodiere ich mal. Die Pickaxe ist kaputt. Vielleicht sollte ich nicht immer so mein Maul aufreißen. Egal, mein Steak hat Matic 2. Warum kriegt diese weiße Wolle gefühlt alles und meine Iron Pickaxe kriegt Quick Charge? Mein Steak wurde wieder enchanted. Mit Feather Falling. Ich glaube, das hier ist meine neue Main-Waffe. Da ist das Skelett. Das ist perfekt. Oh mein Gott. Was? Was soll ich hierzu überhaupt noch sagen? Ich glaube, das ist sehr selbsterklärend. Ja. Okay, wir sind wieder oben. Was willst du? Was willst du? Versuch es gar nicht. Es ist so selten dämlich. Oh mein Gott. Okay. 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 Was ist da passiert? Nein! Ich habe gerade meine stärkste Waffe hingesetzt. Warte mal. Unsere Pickaxe macht 24 damage. Okay. Nee, war es gesagt. Das hat sich erledigt. Ich kriege wahrscheinlich eher Schadnis auf mein Brot als auf mein Schwert. Ne. Wo ist der gerade hingeflogen? Jetzt bist du da hinten geflogen. Okay. Ich möchte jetzt, um ehrlich zu sein, einfach nur Lava holen und ein Portal machen. Ah, perfekt. Ich bin irgendwie extrem schlecht darin, Portale zu gießen. Aber ich glaube, das sieht man. Das sieht man sehr gut. Ja, man sieht sehr gut. Nein! So, ab in den Nerva. Und wir haben den schlechtesten möglichen Spawn. Geil. Jetzt gehe ich einfach durch die Wand. Ich gehe einfach durch die Wand. Wenn ich jetzt irgendwo runterfalle, dann ist es vorbei. Oh, das ist... Mein Puls ist gerade auf 800 gegangen, als ich das überlebt habe. 600 Meter. Ach, scheiße. So, jetzt muss ich nur noch die Brazos finden. Das könnte auch lustig werden. Soll ich denn... Okay. Nee, was gesagt. Vielleicht soll ich einfach die Klappe halten. Bevor wir jetzt zum Ender-Drachen gehen, möchte ich OP-Rüstung machen. Ich kann die Sachen nicht ausziehen. Ich habe Curse of Binding hier drauf. Ich bin enttäuscht. Ich möchte eigentlich lieber eine Axt machen. Und dann werde ich jetzt einfach versuchen, ganz viel abzubauen. Okay, und ich hoffe jetzt einfach mal, ich kriege gute Enchants. Fire Aspect. Eine fucking Spitzsacke mit fucking 85 Damage. Es hat Sharpness 160. Hä? Ich habe Efficiency 0? Ich hatte gerade eben noch Efficiency 255. Das Game dachte sich, ne, jetzt reicht's. Ich wurde einfach verarscht. Also, kannst du mal irgendwo hin... Was ist da gerade passiert? Warum hat das Skelett gerade so viel gedroppt? Was ist jetzt passiert? Was zur Hölle? Okay, ich möchte kurz mal zeigen, was wir jetzt hier drauf haben. Zu viel Protection. Zu viel Protection. Zu viel Protection. Und zu viel Protection. Zu viel Damage. Zu viel Damage. Und viel zu viel Damage. Kann ich den Ender-Drachen one-hitten? Jetzt wird's lustig. Darauf habe ich mich schon gefreut. Oh, was? Ja. Also, es war eine echt schwierige Challenge. Was passiert, wenn ich mich selbst abschieße damit?